jo Freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal afufu und heute seht ihr schon ich bin hier mit Black Dog in einer Lobby bei Fall Guys wir werden heute zuerst also als erstes Fall Guys spielen wir haben vorher noch nie Fall Guys gespielt ja wir werden jetzt eine Runde spielen und ich würde sagen bis gleich so Freunde hier ist jetzt diese Map ich habe die vorher noch nie gespielt tatsächlich also ich hab noch nie die Map gespielt aber die habe ich auch noch nie bei Videos im Modus gesehen von anderen ok also man muss dahin halt im C kommen wir spielen Duo Modus Jo das war geil einfach so luftig und dann muss man da in die Mitte ja was sollte man da denn tun ja was ist das denn immer von der Farbbombe getroffen auch wieder so Luftdinger weil macht eigentlich Ver мнойwag ja auch wieder so Luftdinger Wie soll man denn hier hochkommen? Wo ist die an der Seite? Hä? Das geht einfach nicht. Leute, der hinter mir hat einfach so welche Hände mit so welchen Stacheln. Ja okay, aber ich bin noch nicht im Ziel. Ah, da kommt das Ziel. Der erste Cut hat 100 auf 10 Punkte. Und bumm. Ich bin auch ins Ziel. Let's go! Okay, heute in die Runde geht eh noch kurz. Ich mache jetzt keinen Cut-Reit. Das wären nur ein paar Sekunden und das wäre ein bisschen unnötig. Wie ist denn 20 Stoiber? Ja. 20 Punkte? Ne, doch 20. Keine Ahnung. Aber die Map war geil. Okay. Der ist einfach so ein Ei. Und diese Hot-Dog-Skins, ne? Ja. Ja. Aber die sehen eigentlich ganz okay aus. Aber ich habe, äh, ich finde so Pommes, den für mich manchmal so richtig cool. Alter. Okay, kommt jetzt mal Fußball? Nö. Oh! Das ist eigentlich ganz cool. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, ich habe die mal bei Youtube mal gesehen. Und die sehen eigentlich relativ leicht raus. Ja, ich auch. Okay. Warum steht da unten Warte auf Spieler, wenn schon alle Spieler drin sind? Macht da immer ein bisschen Rieseln. Okay. Okay. Das ist um. Okay. Das ist um. Ja. Ich mache auch gleich mal irgendwie mal ein Fist halt. Ja, das geht nur, damit man bei Fortnite schießt. Ja, das geht nur, damit man bei Fortnite schießt. Ja, der hat hier. Ja. Aber so kann man Hecht, okay. Mit X. Mit X. Mit X. Boah, diese komischen Bälle. Ja. Ah! Boah, der ist ja richtig knapp bei mir. Boah! Oh mein Gott! Mit Reißeln und... Jo, was ist das denn für ein komischer Hammer? Da will ich aber nicht reinlaufen. Hä? Da musste man springen! Hä? Warum hat mich der Hammer nicht gebaut? Oh nein. Ich glaube ich schaff das nicht. Hä? Melonen! Erdbeeren! Hä? Wo kommen die denn her? Ah! Warum ist das denn gekommen? Warum geht die auf mich? Ja! Ja! Ich hab's noch geschafft. Oh, ist qualifiziert. Ja, der eine liegt doch. Warum liegt der denn? Der ist kurz schlafen gegangen. Okay, er wird schon gesagt. Was heißt, es sind noch... Äh... Äh... Sieben... Äh... Sieben... Ach, hier noch kein Ding. Ich hör grad euch hin. Okay... Oh, was? Noll? Oh? Das ist doch... Oh! Lass dich nicht in den Schleimschleudern. Okay... Hört sich ganz okay an. Ich glaub, man muss da immer diesen... Dingern... Ah! Da... Ich glaub der... Ey, das ist so ne... Videobox, nämlich. Äh... Und dann... Da ist doch so ne komische Fede, oder was das ist. Und dann wird... Und dann werden da wahrscheinlich noch so Sachen geworfen. Ah, da sind die Kanonen. Drei, Kanonen, tschüss! Ich... Warte mal... Vielleicht hat man hier... Oh, hier ist sogar ne Axt. Ja. Oh! Ey, warum ist das ganze ein Obst? Ja, ich höre nur Obst. Ja, auf dem Bild war mein Leben. Ich... 1 Minute und 20 Sekunden überleben, wenn ne Erdbeeren würde kommen. Oh, ich wär fast runtergefallen von dieser komischen Axt. Mein Gott, ne Melone! Ah, hier ist die Welle. Ja, oh mein... Hä? Die Idee sind schon da die Melonen aus. Diese Melonen... Oh mein Gott! Oh mein Gott! So ein riesen Apfel! Was hab ich hier? Wo ich hab... Äh... Ich stehe... Äh... Oh mein Gott! Ja, ich bin hier. Wobei dir. Wo ich bin... Trifft mich eigentlich auch nicht. Oh! Doch! Hast du gesehen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Auf mich war auf einmal Ding. Äh... Ey, mich hat sie festhalten. Oh, die drastisch sind unten noch. Oh, eine Erdbeere! Oh, die war so knapp angekommen. Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, ich hab fast eigentlich ein bisschen runterfallen gebracht. Weil der Spraybord hat eine festgehalten. Okay, ich... Äh... Ich hab grad... Ich muss grad auspassen. Wenn die runterfallen... Ganz kurz gucken, wie viel Zeit noch. 10 Sekunden... Oha! Jetzt müssen wir schaffen. 9, 8, 5, 6... Wir sind ja erste Platz gerade! Oh mein Gott! Wir sind frei! Das stimmt! Nee, wir sind äh... Wir sind doch nicht frei. Doch, wir sind erster. Da oben steht Druckposition 1. Oh! 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 Oh, Freunde! Ja, das war fast später. Oh, Mann kann hier einfach noch kredieren. Oh! 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 Nein! Wir müssen ganz schnell sein. Nein! Hä? Warum hat er sich nicht... Junge! Sie geht schwer. Ist halt so. Jo, was? Dann hier... Nee, das geht nicht. Junge, wie soll man denn ins Ziel kommen? Die stehen gegen den Weg. Die kann nicht greifen. Wie kann man diese Gegner abschieben? Achso, man muss so... Ich weiß, ob man den Sprung macht. Ich schaffe ihn natürlich nicht. Oh mein Gott, ja! Ich bin dein Ziel! Ich bin dein Ziel! Du musst es schaffen. Du musst dich nicht festhalten. Du musst einfach nur dagegen springen. Du, oder? Bitte! Ja! Schaffst du es noch? Oh, let's go, Freunde! Okay, jetzt muss das Finale sein. Hä? Ausgeschieden? Hä? 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 Wir sind doch ins Ziel gekommen! Wir sind doch ins Ziel gekommen! Hä? Hä? Hat null Sinn gemacht! Wir sind doch ins Ziel gekommen, ey! Ja, okay, Freunde. Ich würde dann sagen, dass wir so mit diesem Video hier... Keine Ahnung, wieso wir einfach rausgeflogen sind. Ja, und tschau, tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau!